Das Rot hat natürlich extrem was, finde ich. Komm, wir nehmen hier eine rote Sitze. Ja, passt das auch? Ist auch genug Geld ausgegeben. Performance konnten wir ja nichts. Oh, jetzt haben wir noch ein schniegesaut, oder nicht? Ja, wir wollen es verlassen. Wenn noch können, wenn man sich eine eigene Nummer schön faszinieren könnte.